Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Zelda Ocarina of Time. So, ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Irgendwo hier steht so ein Schild. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man ihn genau an diesem Schild aufhalten. Ja, jetzt müssen wir halt mal sehen, dass wir das hinkriegen. Also hier genau an diesem Schild. Mal sehen, vielleicht klappt das jetzt gerade schon. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert hat. Du bist mutig, das soll belohnt werden. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Und man hätte das auch in der anderen Reihenfolge machen können wohl. Also hätte ich ihn zuerst gestoppt und dann das Krabbelminenspiel gemacht, da hätte ich die Taschen einfach in der normalen Reihenfolge aber eben andersrum bekommen. Es wäre jetzt egal gewesen, habe ich auch gelesen. Gut, da haben wir sie, die Riesenbombentasche. Jetzt kannst du insgesamt 40 Bomben tragen. Sehr schön, genau. Also wie gesagt, genau an diesem Schild müsst ihr ihn stoppen. Mit einer Bombe. So, jetzt geht es um die Pfeile. Und da, wie gesagt, müssten wir jetzt dieses Pfeile-Schießen-Spiel machen. Oh, und ich sehe gerade auch, den zweiten Köcher werden wir nicht bekommen. Also das lasse ich direkt aus, weil ich weiß, dass das nichts wird. Also das erste Spiel, was man machen kann, ist in Kakariko als Erwachsener muss man eben in der Schießbude die Punkte erhalten und bekommt dann dafür den 40-Pfeile-Köcher. Und den zweiten Köcher, den bekommt man für 1500 Punkte beim Reitspiel, wo ich das Herzteil gewonnen habe, bei den Gerudo. Und ich habe mal gerade so auf Biegen und Brechen 1070 Punkte oder so geschafft. Ich glaube, 1500 sind da einfach völlig abwegig. Also lasse ich das. So, was gibt es denn noch? Die, ja, die kriegt man noch. Die silberne Schuppe, die haben wir ja bereits. Auch die goldene Schuppe haben wir bereits. So, und das ist das, was es an Ausrüstung gibt. Da haben wir jetzt also soweit alles. Ja, mit den Pfeilen ist natürlich ärgerlich. Ich werde das Offscreen nochmal versuchen. Vielleicht dann mal zwischen den Folgen. Aber, versprechen kann ich euch nichts. So, dann gucke ich jetzt mal, was es denn sonst noch so zu holen gibt. Ja, genau. Also, wir könnten uns jetzt mal um die Skulpturas kümmern. Oder wir gucken mal, ob wir vielleicht einen der Nachtschwärmer erwischen. Ich weiß nicht so recht. Ich gucke mal, Moment. Jetzt hört er gerade mal keine Musik, weil ich aus dem Spiel rausgetappt bin. Ja, gucken wir vielleicht mal erstmal nach den Nachtschwärmern. Dann würde ich, nee, wobei, nee, ist auch blöd. Wir gucken nach den Skulpturas. Machen wir das. Ähm, es gibt ja insgesamt 100 Skulpturas. Und wir haben inzwischen, ähm, ich glaube, 63. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Äh, einige haben wir ja bereits. Äh, vielleicht erinnere ich mich da noch dran, wo genau die waren. Oder wir klappern die Orte halt einfach mal alle ab. So. Und zwar am Sora-Fluss. Da gibt es direkt vier Skulpturas. Und ich glaube, die haben wir auch alle vier schon. Zwar eine am Baum, am Eingang. Die haben wir schon geholt. Da bin ich mir sicher. An einer Leiter, unten am großen Wasserfall. Als Kind und nur in der Nacht. An einer Leiter. Am großen Wasserfall. Ich glaube, die haben wir auch schon. Dann an einer Felswand oberhalb des Plateaus. Die kriegt man aber nur als Erwachsener. Okay. Hm. Oh, ich glaube, die muss ich auch offscreen mal abklappern, diese Skulpturas. Ich meine, da kriegt man jetzt nichts Besonderes mehr dafür. Ab, ähm, also man kriegt für 50 Skulpturas ja halt noch das Herz. Das haben wir schon geholt. Und ab dann bekommt man für alle, ich glaube, alle 10 oder so, kriegt man 200 Rubine geschenkt. Ja, ich glaube, dann werde ich die mal offscreen suchen. Und werde euch das dann reinschneiden. Immer, wo ich die gefunden habe. Wie wir das mit den Crocs damals gemacht haben. Genau, so mache ich das. Ich klappe die mal alle ab. Und wenn ich eine finde, dann mache ich ein kleines Video dazu und schneide euch das mal als Bonuspart zusammen, was ich dann vielleicht am Ende noch mit hochlade. Und so machen wir das vielleicht auch mit den Nachtschwärmern. Aber da werde ich dann nicht extra Videos dazu machen. Da zeige ich euch dann nur, wie ich den letzten abgebe. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt erstmal nichts weitermachen, als zum Schloss zu gehen. Und das werden wir dann jetzt auch tun. Ähm, genau. Also, machen wir uns wieder groß und gehen zu Schloss Hyrule und fangen da schon mal an. Und ich werde dann wahrscheinlich nach der nächsten, also nach dieser Folge mal gucken, dass ich das Zeug zusammen sammle, eventuell. Ja, mal sehen. Mal sehen, dass wir das vielleicht alles diese Woche noch erledigt bekommen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, in zwei Folgen Schloss Hyrule zu schaffen. Naja, wir werden sehen. Gut, ja, aber ich meine, das wäre jetzt alles so viel Rennerei. Nachher ist da vielleicht gar keine Skulltula. Das ist dann ja für euch auch blöd. Die letzte Folge war schon so langweilig mit den Bomben die ganze Zeit. Deswegen will ich das nicht nochmal machen. Machen wir mal weiter mit der Story. Die sind ja so gut wie durch, würde ich sagen, ne? Doch, doch, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich, wenn ich einmal im Schloss bin, wieder rauskomme. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber muss ja so sein, weil ich muss ja noch irgendwie diesen Felsen da vorne wegmachen können. Macht das eigentlich einen Unterschied, welche Rüstung ich trage? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ob das irgendeinen Unterschied macht. Also außer, dass ich halt mit der roten Rüstung feuerresistent bin und mit der blauen Rüstung unter Wasser atmen kann. Ob das einen Unterschied macht, wie viel Schaden man bekommt. Und ich würde jetzt gleich erstmal wieder die grüne anziehen, weil, keine Ahnung, ich das Gefühl habe, dass die irgendwie am besten ist. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendeinen großen Unterschied macht. Ach, und zu Bigoron wollten wir ja auch noch. Wartet mal, dann machen wir das vielleicht gerade noch vorher. Die drei Tage müssten doch jetzt inzwischen wirklich endlich mal um sein. Äh, Moment, ich weiß, das liegt nicht aus dem Kopf. Ich würde gerne das Schwert wenigstens noch holen. Unten A, unten A, rechts unten, rechts unten, okay. So, ich hoffe, dass die drei Tage inzwischen um sind. Ansonsten muss ich einfach nochmal ein bisschen Tag und Nacht machen. Ja, bitte, zum Todeskrater. Damit wir, damit wir das auf jeden Fall schon mal geholt haben. So. Oh, jetzt habe ich natürlich die falsche Rüstung an, egal. Es dauert keine zweieinhalb Minuten, hier rauszukommen. Zack. Dann müssen wir hier lang und dann noch rauslaufen. Ich frage mich ja, ob man sich an diese Kletterwand da auch mit dem Fanghaken ranziehen könnte. Habe ich noch nie ausprobiert, seit wir den langen Fanghaken haben, glaube ich. So. Naja, da habe ich auf jeden Fall offscreen ein bisschen was zu tun. Mal gucken, wann ich das mache. Ich weiß noch nicht, ob es nach dieser Folge klappt, weil ich wollte eigentlich gerne die Folgen aufnehmen jetzt, bevor ich andere Dinge mache. Mal sehen. Aber wir werden es eh nicht schaffen, äh, in zwei Tagen oder in zwei Folgen. Warum kriege ich das Schwert von ihm nicht? Ich verstehe es nicht. Hm. Ich glaube, der Neklot hatte doch was von drei Tagen geschrieben. Warum gibt der mir das nicht? Die sind doch lange um. Gibt es das mir jetzt? Hallo, das habe ich gegen das Zertifikat eingetauscht. Nein. Muss ich wirklich einfach richtig drei Tage vergehen lassen, oder wie? Aber im Grunde ist das ja so. So, jetzt mache ich nochmal hell. Ich glaube, es sind längst drei Tage um. Wie lange braucht der denn? Oder darf ich hier einfach nicht stehen? Hä? Warum gibt der mir das nicht? Mensch. Ich will nochmal kurz hier reingucken in den... Da. Das Langschwert. Du kannst zwar nochmal das Langschwert von Biorun kaufen, aber zwei Schläge genügen und es zerbricht. Musst du den Gerundschmied erst einmal aushelfen. Das Tauschgeschäft. Ja, das haben wir ja gemacht. Bla, bla, blie, bla, blub. So. Hm. Er übergibt Link ein Zertifikat für das Schwert, das er innerhalb von drei Tagen reparieren will. Achso, muss ich ihm das wirklich zeigen, oder was? Moment. Das kann sein. Ja, gut, macht Sinn, ne? Hier. Oh mein Gott. Ich bin so doof. Hier ist es. Endlich. Bäm. Du hast das Zertifikat gegen das Bigoronschwert getauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Nice. Okay. Dann haben wir das auch. Ich packe mir jetzt erstmal die Bomben hier drauf. Ist das jetzt aber besser als mein Masterschwert? Kann ich mir kaum vorstellen. Und man muss es mit zwei Händen führen. Ich nehme trotzdem erstmal das Masterschwert. Schön, haben wir das also auch erledigt. Wunderbar, das freut mich. Dann können wir jetzt zurück zum Schloss. Ja, ich hatte ganz vergessen, dass man ja hier immer diese Sachen vorzeigen muss. Mann. Schönes Bärtchen hat er aber, der kleine, große. Macht mich das glücklich. Ja, ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, ob das Schwert besser ist als das Masterschwert. Ich kann es mir wie gesagt kaum vorstellen, weil eigentlich ja das Masterschwert the Master of Disaster ist. Aber manchmal ist ja komisch. So, nun aber auf zum Schloss. Ich bin gar nicht da. Mal sehen wir, wie lange wir dafür brauchen werden. Aber ich denke mal, spätestens nächste Woche werden wir Zelda Ocarina of Time wohl beenden, liebe Freunde. Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Achso. Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorf Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Ja, okay. Ah, Regenbogentropfen. Und eine Regenbogenbrücke. Ne, sie ist gar nicht. Doch, sie ist Regenbogenfarben. Ah. Wie hübsch. Ihr guckt. Hä? Was ist das denn? Was war das denn gerade für ein Blick, Link, Alter? Das ist manchmal auch so ein bisschen Widow. Oh. Hä? Wo kommt die Brücke auf einmal her? So. Gibt es hier eine Map? Lass mal gucken. Nope. Offenbar nicht. Ich habe nicht eine einzige Fee dabei. Was ist das denn? Ach ja, die Dinger konnte man ja gut mit den Krabbelminen besiegen. Kleinen Moment mal eben. Da haben wir ja welche. Und da. Vielleicht gibt es ja was dafür. Wer weiß. So, Navi, was ist denn schon wieder? Nein? Wolltest du mir nicht gerade noch was sagen? Hm. Daneben nicht. Äh. Nun. Ah, guck mal. Da unten brauchen wir die auch schon, die Handschuhe. Ich glaube, wir fangen dann einfach mal hier an, oder? Oder da drüben. Das war ja der erste Tempel. Wir gehen der Reihenfolge nach vor. Also zuerst diesen hier. Hier müssen wir erstmal alle Fackeln anzünden, wie es aussieht. So, Moment. Ah. So. Und da bekommen wir direkt mal eine Truhe. Mhm. Wahrscheinlich mit einem kleinen Schlützel. Ne. Ne. Probine. Nice. Okay, wartet. Machen wir es mal so. In der Hoffnung. Ja, und dann die da oben noch. Obwohl wir halt nur fünf... Ne, wartet mal. Ich mache es anders. Probier mal. Bin ich nochmal hier? Geht die an? Natürlich nicht. Hätte ich doch Pfeile bekommen. Das wäre doch viel besser gewesen. Ach. Im Grunde brauche ich die... Ah, ich nehme sie mal trotzdem. Im Grunde brauche ich die Feuerpfeile ja nicht, weil... Oh, ihr wollt mich veräppeln. Ah. Ich mache erst das da oben. So. Und jetzt. Schnell. Zack. Okay. Und jetzt kommen wir weiter. Unheimlich viel Energie verbraucht für nischt. Dankeschön. Ich glaube, ich muss hier mit den Gleitstiefeln reinhüpfen. Okay, wartet mal. Kurz mal warten. Na komm. Der hier muss an sein. Welcher ist denn jetzt? Ah. Ich sehe nicht, ob der sich bewegt. Jetzt hat er gerade wieder aufgehört. Ach, Manno. Jetzt. Das war natürlich doof, dass ich da nicht den Dings getroffen habe. Ähm, wartet mal. Ich probiere mal, wenn ich eine Bombe rüberwerfe. Nicht getroffen. Nochmal. Jetzt. Ja. Ja. Ähm, so. Ich könnte... Wenn ich jetzt von ganz hier drüben mich wieder rüberziehe, könnte ich eventuell den da bekommen. Ich glaube aber, das schaffe ich nicht. Oder? Nee. Shit. Alles klar. So, also nochmal die Gleitstiefel. Dafür muss halt der hier an sein. Jetzt. Wow. Okay. Mhm. So. Jetzt probiere ich erstmal da rüber zu kommen. Waaah. Oh, Link. Langsam. Okay. Den da drüben kriege ich auch leicht. Den da. So. Und jetzt da unten mal den Schalter drücken. Mal sehen, was passiert. Uh. Okay. Was genau ist jetzt passiert? Ah. Ah, okay. Das ist natürlich nice. Okay. Das war das. Und dann müssen wir darüber noch. Mal gucken. Schafft er das auch so da rüber? Mal gucken. Hep. Ja. Nice. Sehr gut. Fall doch nicht runter. Bist du verrückt? Mann, Link. Mit dir macht man schon mal Sachen mit, ne? Eli, hopp. So. Und jetzt muss ich noch da rüber kommen, ohne runterzufallen. Zack. Und gleich wieder zurück. Gleich wieder zurück. Sehr schön. Wunderbar. Hast du das gemacht? Okay. Und da haben wir das erste Siegel wohl offensichtlich. Aua. Äh. Mit Magie? Äh. Wie? Hm. Wie kann ich das aufmachen? Mal im Ernst? Wie löse ich denn diese Siegel? Mit einem Lichtpfeil? Ich weiß es nicht. Mal probieren. Ja. Nice. Okay. Ich brauche neue Pfeile. Dringend. Okay. Siegel 1 gebrochen. Oh, hallo. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Mhm. Ihr könntet mir ruhig mal ein paar Pfeile geben. Wup. Niauks. Wo bin ich jetzt? Bin am Anfang? Ja. Okay. Sehr schön. Das Siegel haben wir also gebrochen. Okay. Was kam als nächstes? Das Waldsiegel. Das Wassersiegel, glaube ich. Also das hier unten, das Blaue. Gibt es hier irgendwo ein paar Pfeile vielleicht? Nee. Machen wir das hier als nächstes. Okay. Okay. Noch sechs Minuten. Falls du das wissen wolltest. So. Ah, da war wieder ein Fluch drin. Und ich bin so doof. Ich sollte keine Truhen aufmachen bei diesen Eisgebieten. Okay. Wah. Okay. Jetzt ist die Tür da offen. Dafür brauchen wir blaues Feuer. Ich probiere trotzdem, das hier zu öffnen. Aber das hier zu öffnen und zu gucken, ob da was Gutes drin ist. Ah ja, ein Herz. Schön. So, blaues Feuer. Dafür brauchen wir eine Flasche. Oh, hier fallen hier dauernd Dinger von der Decke, ey. Ich weiß, ich brauche gleich nochmal... Ich brauche gleich nochmal meinen Bogen. Okay. So. Dann werde ich den schon mal wieder ausrüsten. Boah, wir brauchen echt dringend neue Pfeile. Warum kriegt man denn hier keine? Das ist ja dumm. Nicht, dass wir jetzt extra wegen dem letzten Siegel nochmal raus... Ach du Scheiße. Ähm. Uah. So. Moment. Uah. Hm. Hier, wartet mal. Muss ich die Blöcke hier... Ah, ich bin so blöd. Ich glaube, ich muss die Blöcke da reinschieben, ne? Stopp, stopp, stopp. Oh. Nicht einsammeln. Komm her. Ja. Nice. Eine Fee eingesammelt. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich glaube, ich muss nochmal raus aus dem Raum. Ich habe das verkehrt gemacht. Ich glaube, die Blöcke müssen... Oder... Warte mal. Hä? Wo muss dieser Block hin? Bloß mal was anderes auswählen, nur damit hier die Fee nicht verloren geht. Hm. Müssen die da in die Mitte rein? Nein. Es kann auch sein, dass die hier hinten rein müssen. Probier jetzt gerade mal, was passiert, wenn ich den da ins Loch reinschiebe. Ist doch bestimmt falsch, oder? Ne, ist richtig. Okay. Ja, so. Ja, das funktioniert so nicht. Der fällt gleich runter, genau. Ah, ich muss da hoch und aber mit blauem Feuer. Alles klar, ich verstehe. Wartet mal, kann ich den von hier auch schieben? Nein. Oder? Ne. Ah, wieder falsch. Was los? Okay, ich muss da hoch, aber ich brauche blaues Feuer. Das heißt, ich muss sowieso nochmal raus. Hm. Oh, ne. Schon wieder ein Schieberätsel. Ich hasse Schieberätsel, Leute. Ich konnte das mit den Mammuts schon nicht. Nein, das war nicht richtig. Nein, das war auch nicht richtig. So. Okay. Na, mal gucken. Also, einer der Blöcke muss definitiv in dieses Loch. Und ich glaube, es ist der hier. So, nämlich. Und... Oha, so. Okay, genau. Und dann kann ich... Ah, ja. Wir kriegen das noch hin. So. Das ist das Letzte, was wir jetzt in dieser Folge noch machen. Jetzt nach rechts. Ach, nach links, meine ich. Da könnte ich mir doch hier eigentlich noch eine Fee einsammeln, oder? Ich habe bestimmt noch mal eine drin. Yeah. Nois. Nois, 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 nois. So. Jetzt muss der Block da hinten rein. Und wir können mit dem Feuer da oben die Wand aufmachen. Und den Rest... Nein, du musst da hoch. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal, Freunde. Okidoki. So, was dieser Schalter macht, das werden wir beim nächsten Mal erfahren, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hier bei Zelda Ocarina of Time. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020